So Leute, Tag erstmal, da bin ich mal wieder, ja, was soll man sagen, ich hab keine Ahnung, ich werde es mal so sagen, ich versuche diesmal nicht ganz so viel Schwachsinn daherzulehnen während ich spiele, obwohl es doch schon schwer ist, weil ich irgendwie das nicht absichtlich mache. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. Ich rede erstmal mit Mika. Könnt sein. Was soll ich jetzt machen? Tatsächlich. Hatte das. Jo, aber irgendwie, das lief nicht so zwischen uns, musst du verstehen. Sonst wäre ich heute dein Vorder. Kein Ding, kleines japanisches Würmchen. Oh. Nicht so traurig sein. Und wie komme ich hier wieder weg? Oh. Die tun mir richtig leid. Gespeichert habe ich? Cola liegt mein Sarg. Dr. T. What's up? Ja? Ich gehöre aber nicht dazu. Wird bloß, du so. Okay. die 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 st ich soll schon dies abknallen wie makaber ist das denn ich will speichern ich will speichern ja die musik ist übrigens cool die da so im hintergrund läuft die honda radio immer noch am schweigen der muss das doch nicht leidtun dann so ich bin mal gespannt spiel hier zum ersten mal jim 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 wieder mal läuft das ist unglaublich so lauf ich im sport schauplatz zwei fabrik was machen junkies in einer fabrik macht sie fertig hier da kommen schon die ersten schau ich bin schau das ist nicht mehr Nee, was schießt der auf mich? Ich hab keine Manieren. Ungehobeltes Pack. Nyaa. Ich hab dabei gerade mein erstes, meinen ersten Part vom Let's Play hochgeladen. Aber heutzutage habe ich gerade mal Zeit dafür. Warum ist der drei Meter groß? Der ist nicht normal. Deswegen sollte ich das jetzt mal weiterspielen. Kann man da hochgehen? Ah, nein. Scheint nicht so. Können die dann Panzer stehen? Ich seh das gar nicht. Ich seh das nicht. Scheint nicht. Ein doofes Auto. Kaputt machen, ist lustig. Ich muss alles kaputt machen, damit die nicht mehr auf doofe Gedanken kommen, die von wegen Drogen nehmen. Syndicate und Harry McDowell und so. Das macht Spaß. Ich bin mal gespannt, wann die erste Endbrust kommt. Ob die schwer sind? Ich weiß jetzt gar nicht. Ey, wer schießt denn hier auf mich? Ich glaub es hackt. Könnt ihr nicht einfach auf eine Lady schießen? Also, Brandon ist jetzt keine Lady, aber ich. Spielbrand. So. Oh! Oh scheiße! Ah! Oh scheiße! Ah! Was ist das für ein Freak? Ich treffe dich nicht. Ich treffe dich nicht. Ah! Ja, geht mir bloß weg. Penner. Shit. Cool, was war das denn? Ihr habt alle verloren gegen mich. Ja, aber... Ihr geht gar nicht mehr durch. Was wollt ihr alle von ihnen? Seid ihr süchtig oder so? Wo kommen die überall her? Ich glaube, sie sind einen da auch getroffen. Ich glaube, jetzt habe ich doch ziemlich alles... Da lang. Okay. Wow! Was zum Teufel. Die sind ja alle so groß wie... Ah, nein, doch nicht. Go to hell. Du geh mir gleich weg. Das hol ich dir eigentlich nicht mehr an. Ach, du Scheiße. Och! Der mit den Raketen ist echt scheiße. Ach, du... Ne. Halt die am Kopf nicht aus. Ja, ich sehe gar nicht mehr. Hallo? Hallo, ich will da hoch. Oh. Komm ich da auch hoch, oder? Ja. Hoffentlich springt das nicht die 15 Minuten-Marke hier auf dem Bluetooth. Oh, ne. Ich... Die Steuerung ist echt geil. Ich will rennen. Ich springe. Wacht, wo kommt der? Ach, du meine Güte. Ich sehe nur Blut. Mehr sehe ich nicht. Ach, du meine Fresse. Haben die alle Bomben, oder wie? Oh, das haben sie. Was fällt denn ein? Frisch... Frisch Spannung. Oh, ja, ja. Können wir die mal weggehen? Was jetzt? Uhu. Da geht immer tiefer rein. Was jetzt hier vielleicht впер合... greater ist natürlich gern? Wir kommen sonst nicht ohne bei uns ... Und ich sehe das Marina... Aberст könnte aus ...